So liebe Leute, wie ihr sehen könnt, habe ich mich jetzt für den Mitsubishi entschieden und damit zu einer neuen, damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Forza Horizon 2 So, mal gucken wie das Rennen jetzt läuft Oh, 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 oh Oh, oh Das sieht sehr gut aus Nein, tiens doch Hau ab, mehr weg von mir Oh nein, wo fahr ich denn hin? Komm, ich bin jetzt das Dritte. Komm, ich bin jetzt das Dritte. Komm, ich bin jetzt das Dritte. Was? Okay, keine Sorge, du findest dich gerade erst. Du hast noch Zeit, die Kurve zu kriegen. Okay, Platz 5, das ist nicht gut. Wow, klasse Rennen, Kumpel. Die Zuschauer waren total begeistert. Ich nicht. Beim Rivalenrennen kannst du dein Können mit dem deiner Freunde und alle anderen Festival-Teilnehmer vergleichen. Erstmal ein Danke. Nur Platz 5, das ist echt nicht akzeptabel. Okay, du hast dich wirklich gut geschlagen. Du musst nur noch das nächste Rennen gewinnen, dann gehört die Meisterschaft dir. Echt? Okay. Das heißt, nächstes Ziel, Rennen gewinnen. Auf jeden Fall. Dieses Jahr habe ich mir was Neues einfallen lassen. Die Fahrspaßliste. Was ist das denn? Eine Liste von Dingen, die ein Muss beim Festival sind. Okay. Ich habe Wagen dieser Art überall in Europa verteilt. In jedem Wagen findest du eine Anleitung. Eine Herausforderung. Okay. Wenn du in diesem Sommer nur eines machst, dann mach die Fahrspaßliste. Machen wir es mal. Schauen wir es mal. Geiler Wagen. In 400 Metern nach links abbiegen. Nach links abbiegen. Ja, ist ja okay. Ach so, eins kann man haben uns gereicht. Okay. Okay. Eins geschafft. Die werden allerdings nicht alle so einfach. Wollen wir es auch noch hoffen? Das war ja sehr einfach. Okay. Noch nicht Stufe 2. Schade. Sehr, sehr schade. Du siehst aus, als hätte dir das Spaß gemacht. Du kannst es so versuchen, wie du willst. Du kannst es so versuchen, wie du willst. Du kannst ja sagen, zu der Grafik nicht mehr geil, ne? Oder? Untertitelung des ZDF, 2020 Wussten Sie, dass Sie bei der freien Fahrt online Fahrspaßlisten-Herausforderungen im Koop-Modus fahren können? So, wir gucken uns mal ein bisschen netzer hier an. So. 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 nächsten Event. Wo komme ich denn da hin? Ist das? Ja, das ist es. Warum hast du mich jetzt da nicht hingebracht? Der bringt mich da jetzt irgendwie nicht hin, wo ich hin will. Ja, liebe Leute, das machen wir in der nächsten Folge, danke für's Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.